Jetzt zeige ich schon mal ganz kurz, was ich hier meine mit den Umfragen bei Tapjoiner. Kostenlos Gold, Wein. Dann habe ich hier nochmal diesen 1,5 Bonus am Tag. Dann gehe ich einfach nur, in meinem Fall ist das jetzt diese blaue hier, die Umfrage schicke ich an. Einmal anklicken. Auf Verdienen, wo das Gold steht 1100. Einmal anklicken. Jetzt kommt jetzt kurz was, was mir leicht überfordert, aber gut. Hier siehst du dann die Angebote. Also die Umfragen und was sie hier einbringen. Ich brauche da aber keine 15 Minuten für. Oder hier 11 Minuten für. Ich klicke die mal an. Wenn du siehst. Okay. Okay. Kater komm da mal runter. Komm. Ja komm du hast mir grad schon alles umgeworfen. Jetzt ist gut. Komm da mal runter. Dann kommt bei der Umfrage. Es werden jetzt 11 Minuten und ich habe das Profil eingerichtet. Also die Fragen, die die mich da fragen. Du musst ja immer richtig antworten. Sonst wirst du disqualifiziert. Sonst kriegst du gar nichts. Aber das ist wie gesagt. Wenn du das einmal eingerichtet hast. Siehste. Wie in meinem Fall. Es geht so schnell. Zack. Zack. Ach mecker doch nicht Kater. Zack. Zack. Ja. So wird das dann weitergehen. Also.